Herzlich willkommen wieder zurück zu Let's Adventure Minecraft, also wir spielen Let's Adventure Minecraft mit Sven, der spielt aber auf einer anderen, habe ich schon alles erklärt, deswegen werde ich es jetzt noch mal erklären, sag hallo Sven. Hallo. So, wir sind bei Stage 5, 8. Und jetzt, ja. Fangen wir an. Ich habe direkt einfach weiter aufgenommen, weil, naja, das ist ja nicht dein Ernst. Gleich geht die Playzian, Mann. Gleich geht die Playzian. Warum? Weil du keinen Bock mehr hast. Gleich geht die Playzian an, weil du keinen Bock mehr hast. Das macht natürlich sehr viel Sinn. Ja, dann spiel ich ja mit Playzian. Okay, mach das. Ich mach dir keine Vorwürfe. Bin ich so weit. Damit. Äh, ich hasse Jump-Maps, Mann. Ich brauche so welche, wo man keine Leiter hat. So was gibt's nicht. Ich weiß. Wenn's sowas gibt, die würde ich einfach drauf und runterspielen, ja. Ja, Leitern geht eigentlich. Nein, das geht gar nicht. Leitern ist das Einzige, wo ich... Nein! Scheiße. Der ist ja nicht gesprintet. Was ist das? Das ist eine Jump'n'Run-Map in Minecraft. Vier Versuche. Ich darf nicht weiterkommen. Okay, drei. Wenn ich nicht weiterkomme als bisher, dann... Okay, zwei. Oh, gleich gibt's den nächsten Wage-Crit. Einen. Mein Gott, Sven, ey. Was willst du vor mir? Stop, Pipi, Einfarb. Hä, hätt ich Dings, hätt ich einen Controller, würde ich euch alle ziehen. Wie, das war's schon? Oh, das ging aber was zu sehen. So, jetzt haben wir schon 80 Maragde. Ich hab einen. Bam. Oh. Meister. So, hier geht's aber noch hoch. Sorry, ich guck mich das. Nix. Wer hätte das erwartet? Boah, ficken. Ach, hier war ich in diesen Häusern drin. Ja, geil, Leute. Wo geht's jetzt lang? Gibt's da unten nicht irgendeinen Knopf? Nein, nicht. Ich will jetzt nicht. Ficken. Ach, komm schon! Ach, komm schon! Mann. Warte mal, da ist nur noch ein Punkt. Ich kann auch mehr als die Black-Obsie. Mann. Tja, und Sven verlässt schon wieder das Spiel. Nein. Ich bin noch dabei. Oh. Ah, ja. Wir haben die, wir haben die, wir haben die ganze Zeit siehens beste Warp to Stage. Was ist das? Wieso geht das nicht? Warum? Das ist rein physikalisch unmöglich. So, Leute, wir sind jetzt bei Challenge 6. Haben Sie jetzt Decke über dem Kopf? Nein, genau. Tankui Park. Soll auch immer das sein. So. Immer noch Difficult Normal. Ja, das kann ich aber drehen. Da lang. Climb onto the street to proceed to stage 6.1. Oh mein Gott, nein! Nein! Ich hab's geschafft. Sven hat's geschafft, Leute. Sven hat's geschafft. Uploadieren, bitte. Was, das war schon... Alter, ihr seid doch echt, ne? Das ist ja voll locker, Mann. Ich hab mal eine richtige Herausforderung, wo ich auch mal irgendwie einfach uprage und richtig so mich abfacke. Woran geht's denn? Oh mein Gott. Okay, das ist jetzt schon was anderes als sonst. Verarschen. Woran geht's? Das würdest du euch sagen, da hinten hin, oder? Jetzt bin ich echt in eine Kante gesprungen am letzten. Das schaff ich nicht. Das schafft man nicht. Der Sprung ist unmöglich. Der ist nicht unmöglich, ey. Der ist unmöglich. Den schaffst du doch gar nicht. Ich bin einfach nur ein Noob. Nee, jetzt ohne Schaff... Ich werde nicht schaff das. Ach so, hier unter geht's ja dann. Siehst du? Ich hätte das geschafft. Nee, doch nicht. Fuck. Wohin? Was siehst du? Was hab's gesagt? Nee, nee, nee. Das würdest du selber nicht mal schaffen. Oh, Wett. Hier sind noch nicht mal Leitern, aber das schaffst du nicht. Nein, 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 nein. Oh. Nee, das schaffst du nicht. Doch. Mein Gott, wenn du das jetzt sehen würdest, dann würdest du das auch sagen, nee, das ist unmöglich. Das ist schon... Alter. Das ist rein hypothetisch nicht möglich. Warum was ist da denn? Versuch's mir jetzt zu beschreiben. Es ist halt so Baum-von-Baum-Sprünge, ne? Aber dann kommt da so ein Sprung halt wie... Alter, da musst du auf so einen Baum springen, weißt du, da kommst du nicht hoch. Das schaffst du nicht. Lass ich vielleicht irgendwo anders lang gehen oder so. Da rüber, da und da, 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 da. Ne, glaub ich auch nicht. Nee, nee, nee. Aber da oben ist ja auch irgendwie so... Weißt du mal. Ja, kurz zurück. Da oben ist irgendwie so ein Schild. Hm, mit einem Pfeil drauf, was sagt der mir? Ne, 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 da oben, auf dem Baum, wo ich hinraufen muss, wo ich aber nicht hinkomme, da ist ein Schild. Aber... Was steht da? Please do not jump over the fence. Thank you. Hm, jetzt soll ich über den Fens jumpen. Hahaha. Nein! Ja, ficken, ne? Also auf diese Challenge, diese Challenge mache ich zu Ende. Pass auf. Wenn ich die zu Ende habe, dann schließe ich lecker aus. Tja, Leute. Hm. Hab ich mich erschrocken. No fish, fi, warte, no fishing. Ach, da muss ich 500 bezahlen, schau jetzt drauf, ich will fischen. Oder ist das, ging es doch hier rüber? Ne, 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 ne. Sonst würde ich es ja wohl zeigen. Warte, wo ging es denn dann? Dann geht es ja da hinten lang, ne? Aber hä? Ist ja komik. Komik, komik. Komik. Hä? What the fuck? Ah, da oben ist noch ein Schild. Ach so! Boah, Alter, ich bin so dumm. Für alle, die sich bestimmt gerade an den Kopf gefasst haben und gesagt haben, boah, Eric, du bist so einfach so scheiße. Ja, bitte nicht aufregen. Ich habe es einfach wirklich nicht gesehen. Zu spät, ich habe mich schon aufgeregt. Machst du gar nicht. So, das hinten war eine Challenge, die wir eigentlich in 5 Minuten hätten machen sollen. Das ist unmöglich, Mama. Ja, das war auch auf den ersten Blick unmöglich. Halt so wie das, wie ich dachte, das hätte man so machen müssen. Ja, siehst du. Wer ist jetzt hier gewesen, da wäre es auch schon ins Grübeln gekommen. Ja, also bitte. Nein, wer ich nicht. Boah, hast du denn, ne, ganz ehrlich, manchmal, du mit deiner Logik, ich heiße einfach dein Maul, ey. Gleich rage quitte ich nur wegen dir, ey. Da kannst du dir eine schöne, da kannst du dir eine schöne, was weiß ich anhören, ey. Dann sage ich dir erstmal, wo es lang geht. Mach das. Nein. Warum? Du weißt, ich mache sowas nicht. Ja, warum sagst du mir das dann? Ja, weil ich bei dir eine Ausnahme machen würde. Ich würde bei dir eine Ausnahme machen. Ach so. Warum? Weil ich es nicht verkraften würde, oder was? Nein, einfach, weil du Sven bist. So, jetzt. Leise. Verlassen heißt es, wenn es einfach schlecht ist. So, darüber. Ja, jetzt schaffe ich ja locker. Einfach so ein Thema ablenken. Was für ein Thema ablenken? Ich habe das ja jetzt geklärt. Ach, ich frage, ist es, wenn es einfach schlecht ist? So, darüber. Scheiße, es ist nicht rübergeschwungen. Sven, du bist ein Arsch, ey. Du bist ein Arsch. Stets zu ihren... Boah. Nein, jetzt muss ich wieder hier anfangen. Niemals. Das werde ich nicht auf mir sitzen lassen. Wo ist Challenge 6, 4? Da. Außerdem, was hast du immer gesagt? Sven, ist Sven was schlecht ist? Ja, ist Sven was sei... Sven sein was schlecht ist? Natürlich. Ach so, ja dann. Das steht überall geschrieben. Dann hast du meine Frage beantwortet. Ich wollte gar nicht vom Thema ablenken übrigens, ja? Also bitte. Höh. Nein! Oh, Sven, was da passiert? Hm, hm. War so weit. War so gut mal. Observation Deck. Checkpoint. Höhleu, what the fuck. Also. Wird es dunkel gerade? Die Schneemap, die geht nur bis 5, 8, ne? Nee. Nein? Nein. Wollt der jetzt schon ab... Jetzt wollt der wieder quitten oder was? Nein, nein. Weil ich bei 5, 7 bin. Hey, eine Schallplatte. Die mache ich nicht mal. Ich höre jetzt voll die Scheißmusik. Yeah. Aha. Da bin ich runtergefallen. Ah, yeah. Sven ist einfach nur Scheiße. Yeah. Sven ist einfach... Das ist einfach ne Scheißmusik. Yeah, 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 yeah. Ja, ich weiß gar nicht, was ich mir da anhören muss. Fuck, da fall ich immer runter. Yeah, fuck, da bin ich ins Infanter gegangen. Springe über diese Blöcke. Doch jetzt wird die Musik irgendwie scheiße. Wegen der Musik-Aura höre ich Sven nicht mehr. Ich höre jetzt auch die Musik. So, Sven, wie heißt diese Schallplatte? Chirp. Da legen wir sie nochmal ein und machen nochmal. Yeah. Aha. Jetzt geht's ab. Bam, Junge. Fuck, der bitch. Fuck, der bitch. Yeah. Aha. Ich habe jetzt gerade abgekackt, weil Sven einfach nur Scheiße ist. Yeah, aha. Ich weiß auch schon, wie ich diese Folge nennen werde. Erik ist scheiße. Genau. Erik ist scheiße. So sieht's aus und nicht anders. Jump to the redstone torch. Ach, das ist ja locker, ey. Bam. Oh, verkackt. Spaß. Oh, Mann. Checkpoint. Eben hatte ich voll den Lauf. Wo ist ein Checkpoint hier? What the fuck? Achso. Ja, doch ein Checkpoint. Ey, jetzt ist er nicht gesprintelt. Ein grünes Scharf. Wo lang geht's denn jetzt? Da lang, da lang. Ich glaube, da lang. Ich muss links lang. Ja, muss nicht, auch wirklich. Sag ich doch. Wohl, wusstest du das? Ich guck dir zu. Komm aus deinem Fenster. Oh Gott. Ah. Ich stehe da so nackt. Oh, hallo. Oh mein Gott. Nee, nackt nicht. Der schlimmste Albtraum meines Lebens ist wahr geworden. Oh, da habe ich wohl verkackt. Hm. Normal. Hm, nein. Hm, hm. Mann. Kannst du die ganzen Profis machen, hast du hier was, wo ich dran hänge? Einem Run. Ja, die, die fassen sich alle an den Kopf. Mein Gott, das wäre einfach nur scheiße. Aber die wissen ja nicht, was du da gerade machst. Deswegen war meine Aussage irgendwie voll und inkorrekt. Genau, Aussagen sind immer inkorrekt. Hey, 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 hey. Politisch und logisch sind korrekt. Oh, verkackt. Da sagst du was. Siehst du? Nein, nein, nein. Das lasse ich mich mal auf mir sitzen. Nie. Mal. Im Leben. Weil ich Erik bin. Ja. Ganz klares Argument. Oh, da habe ich wieder verkackt. Hm, was ist da los? Was ist los, Sven? Ja, ich schaff das. Erektionsprobleme? Geh auf später.com.de Was für eine behinderte Seite, ey. Nicht drauf gehen, Leute. Also wenn ihr jetzt so Kinder drauf sind. Nein, also wenn Kinder anwesend sind, bitte nicht auf diese Seite gehen. Ich glaube, ich stelle das Video ab 18. Warum? Das kommt auf den Fernsehen, Alter. Egal, trotzdem. Man weiß ja nicht, was alles bei Kindern auslöst, was ich gerade gesagt habe. Da lang, oder? Ich glaube mal. Oh Gott, da ist der. Da ist man nicht gesprundet. Da ist er erstmal nicht gesprundet, ja? Oh, da bin ich fast gesprundet. Spaß, ist das immer der vorletzte Sprung? Ja. Bist du gerade bei Frozen Ground immer noch? Ja, Mann. Hm, Sven, das ist scheiße, sag ich. Sag doch. Hab ich ja gerade. Okay. Find ich gut. Nein! Oh Gott. Zum Glück nicht runtergefallen. Ist das erstmal, dass ich so richtig spiele, auch mit Tastatur spiele? So richtig, richtig. Oh, Sven vergewaltigt gerade seine Tastatur. Nein! Bist du scheiße, sagst du? Bist du scheiße, sagst du? So, Leute, wir machen jetzt, wir hören jetzt mal hier auf, hier jetzt auf, aufzunehmen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Danke. Vielen Dank.